Der Nordosten Deutschlands erwacht Nicht hektisch und aufgeregt, sondern gelassen und selbstbewusst Viel Natur und große Geschichte fügen sich zueinander Schon zu Kaiser Wilhelms Zeiten lockte die Küste mit ihrem unverwechselbaren Charme Die wohlhabende Berliner Gesellschaft stieg hier in die Ostseewellen Stadtliche Villen repräsentieren ebenso diese glanzvolle Zeit Wie die lange Tradition der Seebäder mit ihren Standkorbreihen Heute gehört die Küste zu den wichtigsten Reisezielen Deutschlands Ob Individualreisender, Urlauber mit Wasser, Land und Ruhrsehnsucht Oder Kultursuchender Meg Pom, wie es salopp genannt wird Ält für alle seine ganz eigenen Schätze bereit Wenn Alphörner erklingen, ist meist die Schweiz nicht weit Auch wenn sich vor dem Auge die mecklenburgische Schweiz ersträgt Eingebettet zwischen der Ostseeküste im Norden Und einer ausgedehnten Seenplatte im Süden Liegt der geografische Mittelpunkt, das Herz Mecklenburg-Vorpommerns Die Hügel verdanken ihre Existenz der letzten Eiszeit Mit ihren gewaltigen Gletschern Beim Abschmelzen hinterließen sie vor 15.000 Jahren Moränenhügel und Mulden, die sich mit Wasser füllten Wie der Malchiner See Um ihn reihen sich Gutshäuser Das Schloss Basedow ist eines von über 1800 noch erhaltenen Adelshäusern im Land Eine lange Geschichte hat auch Schloss Ulrichshusen Es brannte bereits zweimal ab, zuerst im Dreißigjährigen Krieg Der damalige Besitzer, Bernd Ludolf von Malzahn War Quartiermeister von Wallenstein Und Wallenstein war Herzog von Mecklenburg Während des Dreißigjährigen Krieges wurde es zerstört Und wurde auch während des Dreißigjährigen Krieges wieder aufgebaut Was unglaublich ungewöhnlich ist Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Haus enteignet Seit 1990 führen Helmut von Malzahn und seine Frau Angelika Die Familientradition fort Vor der Wende war die DDR weiter weg als der Mond Für viele aus dem Westen Weil es unglaublich schwer war hierher zu kommen Und für uns, die wir Flüchtlinge waren, noch viel schlimmer Dieses Haus habe ich zum ersten Mal gesehen 1990 Es war komplett ausgebrannt Und es war im ersten Moment ein Riesenschock Hier wohnte einmal die Eule drin Die schießt mir auch gleich beim ersten Mal auf die Schulter Das war ein Himmelszeichen Und das Zweite ist, wohnte hier ein Steinmarder Und andere Tiere hatten sicherlich hier schon Besitz ergriffen Mit seiner Frau kaufte er das Haus und sanierte es von Grund auf Aus der Ruine wurde ein Schlosshotel samt Restaurant und Parkanlage Die repräsentativen Innenräume sorgen für herrschaftliches Wohngefühl Im angrenzenden Dorf herrscht heute Vollbeschäftigung Zumal dessen Bewohner von dem Erfolg profitieren und eigene Ferienwohnungen anbieten Wie wir kamen, wohnten 32 Sälen Auch heute noch 32, 34 Bewohner im Dorf Also wir sind sozusagen das kleine gallische Dorf in Mecklenburg Heute kommen 50.000 Besucher Wir sind zentraler Austragungsort der Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern Mit 32 Konzerten Und Gästen wie Justus Franz, Anne-Sophie Mutter und Jehudi Menuin Die Festspiele finden jedes Jahr im Sommer in mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns statt Als einer der bedeutendsten Standorte ist die Feldsteinscheune von Ulrich Husen nicht mehr wegzudenken Der Weg führt über die Deutsche Alleenstraße Die von Konstanz bis Rügen reicht Zum Herrenhaus von Iwenack Was Schlösser und Gutshäuser betrifft, ist der Nordosten die reichste Region Deutschlands Ursache waren wiederholte Spaltungen von Herzogtümern und Ländereien Der eigentliche Grund für einen Besuch Iwenacks liegt im nahegelegenen Tiergarten Was das sonst scheue Dammwild gleich in grösserer Stückzahl in Sichtweite treibt, ist die mittägliche Fütterung Nicht zufällig schließt sich der Wiese eine Kaffeeterrasse an Wer sich hier zur richtigen Zeit aufhält, kann seine Tischnachbarn der etwas anderen Art ins Visier nehmen Hauptattraktion sind die tausendjährigen Eichen Die ehrwürdigen Methusalems sind Zeugnisse der frühen slawischen Besiedelung Deren Haustiere verhinderten das Nachwachsen neuer Bäume und sorgten so für genügend Sonne Nach Iwennack kennt einer meiner Leser Iwennack diese liebliche, der Ruhe geweihte Oase In dem Rings von Mühe und Arbeit durchfurchten Lande, schrieb Fritz Reuter, der im benachbarten Stavenhagen aufwuchs Der Mundartdichter wurde Mitte des 19. Jahrhunderts mit Werken berühmt wie Dörchleuchting und Ut de Franzosentit, zu Deutsch aus der Franzosenzeit Die Stadt hat ihr barockes Rathaus für ihren Fritzing geräumt, der das Niederdeutsch zur Literatursprache machte Renate Drehvall vom Fritz Reuter Literaturmuseum gibt ein Beispiel seiner Mundart Als uns Herrgott die Welt erschaffen did, fung Heikel Mecklenburg an Und Thorstens von der Ostsee sieht her und mockte dat eigenhandig fahrig Ob der einen sieht Bett Ratzeburg und Swerin, ob der andere sieht Bett Stemhagen und Bramburg Und wieste sine heiligen Engel, wo't Magd warten müsst Und rette tau er und sä, sei söhn so wieder mocken Während seines Studiums in Jena tritt Reuter einer Burschenschaft bei Deshalb wird er zum Tode verurteilt, dann aber zu 30 Jahren Haft begnadigt Nach acht Jahren kommt er frei Erst später wird er Schriftsteller, beschreibt Land und Leute wie im Buch Meine Vaterstadt Stavenhagen Deren literarische Schauplätze sind durch Bronzetafeln markiert Seine Kritik an der Obrigkeit versteckt Reuter fortan in seinen Geschichten Zwischen den Zeilen und mithilfe der niederdeutschen Mundart Er erhält einen Ehrendoktortitel und, man staune, den bayerischen Maximiliansorden Seine Seele jedoch bleibt stets seiner Heimat verbunden Am westlichen Rand In der Stadt der mecklenburgischen Schweiz liegt Güstrow Einstige Residenz der mecklenburgischen Herzöge Ihr Schloss ist der größte Prachtbau der norddeutschen Renaissance Zusammen mit dem Schlossgarten kündete es von Zeiten, als die Stadt kulturelles und politisches Zentrum war Weil freiheitsliebend, ließ Napoleon die Stadt gewaltsam erobern Daraufhin versammelten sich die Mecklenburger Jäger vor dem Schloss Und zogen gegen den französischen Usurpator in den Kampf 1848 stand Güstrow zudem im Mittelpunkt der Revolution in Mecklenburg Zu deren Sprechern Fritz Reuter gehörte Mit Güstrow ist auch der Name eines anderen bedeutenden Geistes verbunden Er ist in der ganzen Stadt nicht zu übersehen Im Dom hängt eines seiner Meisterwerke Der schwebende Engel Die Bronzeplastik von Ernst Barlach schwebt über den Dingen Ein Andenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs Der schwebende Mensch war eine Lieblingsidee Barlachs Auch seine anderen Werke wie Mutter Erde scheinen von der Welt entrückt zu sein Hier ließe sich gut arbeiten Meinen Arbeiten fehlt eben doch der sakrale Raum Äußerte er sich über die kleine Gertrodenkapelle Dieser Wunsch sollte erst nach seinem Tod in Erfüllung gehen Zahlreiche Werke aus den 20er und 30er Jahren haben hier ihren Platz gefunden Hilflose Bettler, Elternlose Kinder, Entrechtete Allesamt Eindrücke während einer Russlandreise Barlachs Er vermochte es, den Aussenseitern der Gesellschaft Würde und Seele zu geben Diese Einstellung machte ihn bald selbst zu einem Aussenseiter Verfolgt von den Nationalsozialisten, die in seinen entarteten Werken Bolschewistisches zu erkennen glaubten Ernst Barlach, der in Paris, Berlin und Florenz nie heimisch wurde Zog sich schliesslich in sein Güstroer Atelier zurück Und hinterließ ein gewaltiges Werk Eingebettet in Blütenpracht Umgeben von Seen und weiten Parklandschaften Präsentiert sich das Schloss von Schwerin Sitz der Landesregierung Inspiriert vom Schloss Chambord an der Loire Erhielt es seine heutige Fassade Mitte des 19. Jahrhunderts Erbaut von Schwerins berühmtester Persönlichkeit Dem Baumeister und Politiker Georg Adolf Demmler Wie einige seiner Landesgenossen fühlte auch er sich der Renaissance verpflichtet Mit französischer Färbung Demmler brachte ein Stück mediterranen Charmes in das Florenz des Nordens Wenn er nur auch gleich das Klima des Südens mitgebracht hätte Dafür bietet die Grotte ein verführerisches Verstecken Unter ausladenden Ästen führt der Weg weiter um die Schlossinseln 500 Hektar Wald- und Parkanlagen begrünen das Stadtbild Und laden ein zum ausgedehnten Flanieren und Sinieren Etwa 30 Prozent des Stadtgebietes sind zudem mit Wasser bedeckt Wie dem Pfaffenteich Er diente den alten Domherren zur Fischzucht Der gotische Dom überragt die Stadt Im 12. Jahrhundert wurde sein Grundstein von Heinrich dem Löwen gelegt Der Schwerin wenige Jahre zuvor den Slaven entrissen hatte Nach Lübeck die zweite deutsche Stadt östlich der Elbe An den machtbewussten Fürsten erinnert eine Stele auf dem Marktplatz Auf ihr steht Heinrich dem Braunschweiger Löwen-Modell Zusammen mit anderen, eher satirischen Abbildungen Sein Feldzug im Namen des Kreuzes Diente schließlich mehr der Vermehrung des Geldes als des Glaubens Ob am Schlachtermarkt oder in der Schlossstraße Die Altstadt konnte bewahrt werden Kleinstadtflair und repräsentative Bauten Zeugen einer langen Zeit als Fürstensitz Vor Heinrichs Eroberung residierten hier bereits die Slavenfürsten Deren letzter von der Schlossfassade blickt Nikloth, der Stammvater des Fürstenhauses Mecklenburg-Schwerin Von hier kann die Stadtbesichtigung bequem im Sitzen fortgesetzt werden Beginnend an der Anlegestelle der Weißen Flotte Führt die Fahrt zu den näheren und entlegeneren Schätzen Der einwohnermäßig kleinsten Landeshauptstadt Deutschlands Darunter die Fachwerkhäuser des Schelfviertels Das schmalste Haus der Stadt In der Friedrichstraße Oder das ebenfalls von Demmler gebaute Waffenarsenal Mit dem sein Gönner, Großherzog Paul Friedrich Mitte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlichen Aufschwung und neues Leben in die Stadt holte An Bord der Weißen Flotte lässt sich auch von der Wasserseite aus ein Bild von der Stadt gewinnen Bei der romantischen Seenrundfahrt sogar bis in die Abenddämmerung Gut, dass bei weniger romantischem Wetter ein Blick auch vom Innenraum möglich ist Und sei es ins Weinglas Zwischen Schloss und Dom blitzt unerwartet die Sonne hervor Und malt in kräftigen Tönen einen alten Meisterhimmel über den See 25 Kilometer nahe Nördlich von Schwerin zeichnen sich auf einem Feld die Konturen einer ehemaligen Burg ab Zwölf Meter hoch ist der Wall Er trug einst die wehrhaften Mauern einer Slavenfestung Deren Name später auf das Land übergehen sollte Die Mecklenburg Hauptsitz des Stammes der Obodriten Ihre wirtschaftliche Dominanz war den deutschen Herrschern ein Dorn im Auge Ständig wurden Kriege geführt Heute ist die Burg ein Ort der ewigen Ruhe Das Dorf Mecklenburg Die Wiege des Landes Hat noch eine weitere Attraktion Eine Holländer Windmühle Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut Ist sie die einzige vollständig mit Reet gedeckte Windmühle in Mecklenburg In ihren stilvoll restaurierten Mauern wird heute gepflegt, diniert und übernachtet Nur wenige Autominuten führen von hier unter einer lichtdurchfluteten Allee zur Ostseeküste Der alte Hafen von Wismar Mit dem Nachbau eines Hanseschiffes, der Wissemara und farbenfrohen Fischkuttern Die samt ihrer Kapitäne die Jahrhunderte überdauert zu haben scheinen Umrahmt von den größtenteils erhaltenen Kontoren und Warenlagern Hier legten die Schiffe der reichen Handelsherren an Beladen mit Pelzen und Bernstein aus dem Norden Flandrischen Tüchern, portugiesischem Wein und exotischen Gewürzen Besucher und Möwen heute warten auf frischen Fisch Verkauft wird auf stillgelegten Kuttern Die früher selbst einmal in rauer See unterwegs gewesen sind Wichtigstes Verkaufsgut, das Fischbrötchen Nicht wegzudenken aus der norddeutschen Lebensart Häufigste Zutat sind entweder die salzigen Matjes oder der saure Bismarck-Hering Verkäuferin Damaris Schiel zeigt, wie ein solcher zubereitet wird Wie sie sagt, das ist in der Herstellung eigentlich ganz einfach Es kommt keine Butter drauf Der Salat kommt drauf Dann kommt im Prinzip der Fisch drauf Der wird einmal zusammengeklappt So Zwiebel Viele mögen das ganz gerne, reichlich Zwiebeln Und schon ist das Pulti fertig Bismarck-Po Sauer macht lustig Meist verkauft ist bei ihr allerdings der Backfisch Zubereitet in einer Panade aus Mehl, Milch, Ei Und mehr wird nicht verraten Schon schwimmt der Fisch wieder Das ist eben auch noch so, das zweite Wohl Jeder, der kommt, sagt, oh, endlich mal ein spinnendes Brötchen Fremulade, Knoblauch, Meerrettich oder Dill Zur Meerseite des Hafens hin Warten zwei Gesellen, die offenbar alles außer ihren Kopf verloren haben Die Schwedenköpfe, ein Gedenk von 150 Jahren schwedischer Besatzungszeit An der Seite dieses sogenannten Baumhauses ist der namensgebende Stamm angebracht Mit dem einst bei Gefahr der Hafen abgesperrt wurde Die Gefahr hatte einen Namen Seeräuber, angeführt vom Legenden umrangten Klaus Störtebeker Um gegen deren Überfälle besser gewappnet zu sein Gründeten Kaufleute aus Lübeck, Wismar und Rostock Im 13. Jahrhundert einen Schutzbund Aus dem die mächtige Hanse hervorging Das Wassertor ist das letzte erhaltene Stadttor Es gewährte Einlass zu der einst stärksten Festung Nordeuropas Der Reichtum, den es zu schützen galt Ist der Stadt noch anzusehen Wie die hübschen Giebelhäuser in der Krämerstraße Hier gründete Rudolf Karstadt 1881 sein erstes Geschäft Das wie die Hanse nach einer goldenen Zeit die besten Jahre hinter sich hat Die mittelalterlichen Gebäude gegenüber führen zum Markt Einschließlich altem Schweden, dem bekanntesten Bürgerhaus Wismars Ihm gegenüber die sogenannte Wasserkunst Ein Pavillon, der mittels hölzerner Rohre die Häuser mit Wasser versorgte So diese zu zahlen bereit waren Wismar vorgelagert ist die ruhige Insel Pöl Die drittgrößte Insel des Landes Naturliebhaber besuchen sie, um Erholung zu tanken Auch wenn diese Besucherinnen sie zunächst mit Disziplin und Ausdauer erkämpfen müssen Auf seinem Gestüt in Neuhof bietet Wolf-Jürgen Schulz Ponyreiten an Wir haben hier die Mutter- und Kind-Klinik Kilometer entfernt, da sind 100 Mütter, 120, 150 Kinder Und 10% so kommen hier zum Reiten von 4 bis 7 Jahren, 8 Jahren Der Hof wurde im Oktober 1945 enteignet Und ist seit 92 wieder in Familienbesitz Neben den Reitkursen züchten er und seine Familie Annovarana Sie werden beim Erwachsenenreiten eingesetzt Sowohl über die Felder als auch entlang der Strände Pölz Neben Reiten zählen Radfahren und Wandern zu den beliebtesten Urlaubsaktivitäten auf dem flachen Eiland Gerade mal 26 Meter hoch ist der Kicklberg Von hier geht der Blick nach Kirchdorf, dem Hauptort Pölz Und nach Süden, wo sich geschützt in der Bucht die Silhouette Wismars im Abendlicht spiegelt Sonnenuntergang über der Ostsee Genauer Schleswig-Holstein, das sich jenseits der Mecklenburger Bucht erstreckt Die Ostseewirte sind aus langem Winterschlaf erwacht Die Fenster fliegen auf und in riesigen Schwaden entweicht der Grogdunst in den hellblauen Frühlingshimmel Die jubelnde Jugend reinigt den Strand und schüttet frischen Sand auf Saisonbeginn So beschrieb Kurt Tucholsky, Deutschlands Ostseeküste Das größte Seebad Mecklenburgs ist Kühlungsborn Elegante Gebäude wie die Villa Baltic verweisen auf eine lange Badetradition Die bereits um 1900 die Massen im züchtigen Badedress in die Wellen trieb Kühlungsborn wird die grüne Stadt am Meer genannt Was neben dem weitläufigen Stadtwald auch an der langen begrünten Strandpromenade liegen dürfte Den Aufstieg verdankt Kühlungsborn auch dem Anschluss an die Schmalspurbahn Molli Ein schnaufender Mops gab ihr seinen Namen Eine Dame hatte sich gemüht ihren kleinen dicken Hund in den Zug zu verfrachten Einem der Schaulustigen fiel daraufhin eine Ähnlichkeit zwischen dem Mops und der fauchenden Dampflokomotive auf Dieser hatte wohl Angst vor den 450 Pferdestärken auf Schienen Diese beschleunigen den Molli auf 40 Kilometer pro Stunde Ein wahrhaftes Höllentempo Entschleunigt zieht die Landschaft vorbei Auf der Hälfte der Strecke hält der Zug an einem weiteren Seebad Genauer, dem ersten Seebad Deutschlands überhaupt 1793 nahm hier Herzog Friedrich Franz I. auf Anraten seines Arztes ein Bad im Meer Damit begründete er das Seebad Heiligendamm, das sich zur weißen Stadt am Meer mauserte In den prachtvollen weißen Villen logierte damals alles, was Rang und Namen hatte Selbst die Zarenfamilie Eigentumswohnungen sind heute ebenfalls für betuchte Leute gedacht Das einfache Volk darf sich an der Promenade erfreuen oder am Strand spazieren gehen Sollte dieser nicht wieder wegen eines politischen Weltereignisses abgesperrt sein Im Juni 2007 fand hier der G8-Gipfel statt Bereits ein Jahr zuvor machte ein US-Präsident mit seinem dreitägigen Besuch die Weiße Stadt international bekannt Gute Publicity für den Ort, dessen prächtige klassizistische Gebäude wie das Kurhaus erhalten werden wollen 120 Pferde waren nötig, diesen schweren Findling herbeizuschaffen Der Gedenkstein, der an Friedrich Franz I. und seine Gründung erinnert Ein Porträt des Herzogs hängt im Foyer des heutigen Grand Hotels Mit seinen fünf Sternen inklusive luxuriösen Wellness Center macht es Heiligendamm wieder zum exklusivsten Badeort der Republik Nach der grünen und der weißen Stadt am Meer nun zur farbenfrohen Großstadt Nach Rostock kam ich, arm und arg zerschunden Gelehrte jeden Fachs habe ich hier gefunden Beschwingtem Geist und der Freiheit hold Dem Schönen mehr ergeben, als man meinen sollt Schrieb der Humanist Ulrich von Hutten im Jahr 1509 an seinen Mitstreiter Martin Luther 500 Jahre später Die Stadt sank im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs in Schutt und Aschen Viel hansiatische Bausubstanz ging verloren Historisierende Neubauten füllten die Ruinenlücken Der Freigeist der alten Tage in moderner Interpretation Die Gröbeliner Straße konnte ihren Charakter weitestgehend erhalten Hin und wieder sind die Vorderseiten tatsächlich nur reine Fassade, wie beim Rostocker Hof Dahinter verbirgt sich ein modernes Einkaufszentrum Natürlich darf auch hier das Fischbrötchen nicht fehlen Dass in Rostock überdurchschnittlich viel Jugend anzutreffen ist, liegt an der Universität der ersten Nordeuropas Gegründet 1419, mit Erlaubnis von Papst Martin V., galt die Hochschule lange Zeit als Leuchte des Nordens Das geistig-akademische Zentrum des Ostseeraums Das geistig-akademische Zentrum des Ostseeraums Mittelpunkt der Stadt ist die Marienkirche Sie entging den Bomben der Alliierten Sie zeugt bis heute vom Reichtum und Selbstbewusstsein der Hansestadt Mit dem Orgelprospekt und der Fürstenloge und dem von den vier Elementen getragenen Bronze-Taufkessel aus dem Jahr 1290 Die astronomische Uhr ist eine feinmechanische Meisterleistung In Betrieb genommen wurde sie 20 Jahre vor der Entdeckung Amerikas Angezeigt werden Sonnen- und Mondphasen, Tierkreiszeichen sowie Datum und Stunde bis ins Jahr 2017 Dann droht die Zeit stillzustehen oder eine neue Kalenderscheibe bringt Rettung Abendstimmung über dem Stadthafen Mit 200.000 Einwohnern ist Rostock die größte Stadt des Bundeslandes Seit der Wende sind 50.000 Bürger abgewandert Auf der Suche nach Arbeit haben sie der Stadt den Rücken gekehrt Idealer Ausgangspunkt für einen Besuch Rostocks ist das Hotel- und Tagungsschiff Georg Büchner Früher im Einsatz in Belgisch-Kongo ermöglicht das Schiff heute Übernachtungen im kolonialen Ambiente oder in der integrierten Jugendherberge Abendliche Kultursafaris können vom komfortablen Hotelcamp ins Theater oder in eine der zahlreichen Kneipen führen Zum Beispiel ins Café Lom im Studentenviertel Auch ein Hauch karibischen Flares darf in einer Hafenstadt nicht fehlen Die Speisekarte vermittelt indische Gaumenfreuden In der Bar mischen sich Studenten, bildungsnahe jeder Couleur und auch die Schauspieler des Nahen Volkstheaters Nur weniger Kilometer flussabwärts, jenseits des Hafens, mündet die Warnow ins Meer Ankunft in Warnemünde, einem Ortsteil Rostocks Der 150 Meter breite Sandstrand ist unbestritten der breiteste der deutschen Ostseeküste Nicht zu übersehen der Leuchtturm, auf den die Warnemünder mindestens so stolz sind wie die Franzosen auf den Eiffelturm Der Ort hat sich die Ausstrahlung eines Seefahrer- und Fischerstädtchens erhalten Auch wenn immer mehr Besucher als Fische ins Netz gehen Was nicht weniger ertragreich sein kann An die alten Zeiten erinnert noch der alte Strom, ein Seitenarm der Warnow Dort und in der parallel verlaufenden Alexandrinenstraße reihen sich die alten Kapitäns- und Fischerhäuser Am besten per Pädes geht es zur Westmole, die über einen halben Kilometer weit ins Meer hinausragt Das Leuchtfeuer weist Spaziergängern wie Seefahrern den Weg Fähren nehmen von hier aus Kurs auf den gesamten Ostseeraum Daneben zählt Warnemünde zu den bedeutendsten Kreuzfahrerhäfen Deutschlands Das Markenzeichen ist allerdings der breite Strand Sieben Kilometer puderfeiner Sand Nicht wegzudenken ist der Strandkorb, der hier auch erfunden wurde Auf Wunsch einer Dame, die wegen ihres Rheumas Schutz vor dem Seewind suchte Überschattet, pardon, überragt wird Warnemünde von den 19 Etagen des Hotels Neptun Kein anderes Hotel in Mecklenburg-Vorpommern wagt sich so hoch hinaus In 64 Metern Höhe wird nächtens bei geöffnetem Dach getanzt Tagsüber liegt hinter hauseigenen Torten ein in der Tat beeindruckendes Panorama Nachdem das Meer, außer in den Sommermonaten, selten Badetemperaturen erreicht Hilft ein umfangreiches Wellnessparadies samt Meerwasserschwimmbad und Thalassozentrum aus Zu den Klassikern gehört ein Meerwasserbad mit Algen und einer offensichtlich intensiven Hydromassage Nach der Behandlung folgt die Entspannung in einem der Ruhebereiche Das Arcona Spa hat seinen Ursprung im ersten Wellenbad der DDR Das 1971 zusammen mit dem Hotel Neptun eröffnet wurde Dank Disco und Westgästen, damals eine der heißesten Adressen der Sozialistischen Republik Anfangs nur für Devisenausländer vorgesehen, durften später unter dem Motto Alle wohnen gleich, auch DDR-Bürger übernachten Hand verlesen, versteht sich Heute funkeln im Neptun fünf Sterne Meeresblick ist inklusive Von jedem der rund 350 Zimmer Entlang der Küste ostwärts wird die Warnow überquert Ein Blick zurück nach Rostock Reetgedeckte Dächern Mal traditionell, mal modern Das Fischer- und Künstlerdorf Ahrenshoop Selbst die Kirche passt zum Stil von Ort und Landschaft Wie ein kiel oben liegendes Fischerboot Erbaut aus Holz des nahen Urwaldes und Schilf vom Bodden Zentrum des Kunstschaffens ist der Kunstkarten Mit Ausstellungen und Lesungen Im jetzigen Künstlerhaus Lukas gründete der Maler Paul Müller Kempf 1892 mit einer Malschule die Künstlerkolonie Wohin man schaute, überall saß jemand zeichnend auf einem Stühlchen oder stand vor einer Staffelei Schrieb die Dichterin Käthe Miete Auch heute noch zieht es viele große und kleine Künstler nach Ahrenshoop, dem Borbswede des Ostens Jenseits von Atelier und klassischer Schule ließen sich die Künstler der Jahrhundertwende Vom Licht und den Farben der Natur So wie in einer Prise Romantik zu neuen Stilrichtungen und Ausdrucksformen anregen Mehr gesund als inspirierend ist der lokal aufgebrühte Sanddorn-Tee Gewonnen wird er aus den Beeren des heimischen Sanddornstrauchs Der an der traumhaften Steilküste wächst Der an der traumhaften Steilküste Im Westen das Steilufer, im Osten der Bodden, Arzob liegt auf einer Halbinsel, die hier nur wenige hundert Meter breit ist. Einst waren Fischland, Darst, Zingst getrennte Inseln, die erst über Jahrhunderte zusammenwuchsen. Ideal, um in die Pedale zu steigen. Die Halbinsel trennt als schmale Landzunge das offene Meer vom Küstengewässer, dem Bodden. Einmündende Flüsse liefern Süßwasser und sorgen für einen niedrigen Salzgehalt. Ein bedeutender Lebensraum für viele Vogelarten. Weshalb der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gegründet wurde. Nur über schmale Wasserrinn-Sahle ist der Bodden mit dem Meer verbunden. Dieses hier trennt Zingst, den äußersten Teil der Halbinsel, vom Festland. Das östliche Zugangstor nach Zingst führt über die kleine Stadt Barth, mit stattlichen 87 Metern Höhe, weithin sichtbar, die gotische Marienkirche. Ihr Turm ist wie geschaffen für einen Blick über die Stadt und den angrenzenden Bodden nach Darst, Zingst und Hiddensee. Irgendwo hier im Barther Bodden könnte bis zum 12. Jahrhundert die berühmte Handelsstadt Vineta existiert haben, erwähnt in Chroniken und Reiseberichten. Dieses slawische Konstantinopel soll einst an der Odermündung geblüht haben. Einer neueren Theorie zufolge floss ein Mündungsarm über das heutige Landesinnere bis nach Barth, entlang des Urstromtals der Oder, das anhand von Satelliten und Reliefkarten rekonstruiert wurde. Doch genauso gut könnte es auch bei Zinovitz vor Usedom gelegen sein, wo wie in Barth jedes Jahr stolz ein Theaterspektakel stattfindet. Wieder anderen Theorien zufolge existierte die slawische Siedlung bei Wolin, gleich hinter der polnischen Grenze. Ausgrabungen deutscher und polnischer Archäologen scheinen diese These zu stützen. Wie dem auch sei, im ehemaligen Rathaus von Barth wurde dem Mythos Vineta eine ganze Etage gewidmet. Identitätsstiftung durch große Geschichte. Neben diesem Atlantis der Ostsee birgt das Museum noch andere Schätze, wie die Werke des Barther Malers Louis Doucette. Der Spätromantiker stand in der Tradition von Kaspar David Friedrich. Wie dieser war er von den vielfältigen Stimmungen der Ostseeküste angetan. Wiederkehrendes Motiv sind Sonnenuntergänge und Mondscheinlandschaften, wie im Bild Dorfschmiede im Mondschein, stets ergänzt durch künstliche Lichtquellen aus Hauseingängen und Fenstern. Bei weniger anregendem Wetter präsentiert sich andern Tags Stralsund, 30 Kilometer östlich von Barth. Kein Grund, sich das UNESCO-Weltkulturerbe entgehen zu lassen. Weithin sichtbar in der Wildnis des Meeres hätten sich die Stralsunder auf ihrer Insel eingerichtet, so die Schriftstellerin Vikarda Huch, wie auf einem Schiff, dessen Masten die Kirchtürme waren. Das Stralsunder Rathaus ist wie seine Kinder, hoch hinaus und nichts dahinter. So machten sich die Lübecker einen Reim auf ihre Hansebrüder. Als wollten diese beweisen, dass sich sehr wohl etwas dahinter befände, sparten sie nicht an der prächtigen Ausstattung des Innenhofes. Immerhin war Stralsund die nach Lübeck bedeutendste Hansestadt. Dies lockte im Dreißigjährigen Krieg den Feldherrn Wallenstein. Die Stralsunder hielten seiner Belagerung stand, mithilfe des Schwedenkönigs Gustav Adolf II. Der Preis? Stralsund wurde samt Vorpommern für über 150 Jahre schwedisch. Viele der Ratsherren waren auch zugleich Kaufleute, die in ansehnlichen Patrizierhäusern residierten. Zu den schönsten zählt das Wulflammhaus, 1350 erbaut vom gleichnamigen Bürgermeister. Heute beherbergt es unter anderem ein Restaurant. Rustikale Küche und modernes Flair. Da staunt Wallenstein, dem dieser Platz zu Lebzeiten verwehrt blieb. Zu den Klassikern der Wulflammstuben zählen gute deutsche Gerichte wie Schnitzelteller, gebratener Ostseedorsch und die Anglerpfanne. Es muss ja nicht immer nur Fischbrötchen sein. Stellen die Kirchtürme die Masten eines Schiffes dar, so lassen sich am Hafen deren Segel finden. Wie vom Wind aufgebläht, zeigt sich das 2008 eröffnete Ozeaneum. Den Eingang bewacht das Skelett eines 17 Meter langen Fingwals. Daneben schweben die Überreste eines Zwergwals und eines Pottwals durch das gläserne Foyer. Die Agrarien und Ausstellungen im Ozeaneum zeigen die Unterwasserwelt von Ost- und Nordsee sowie des Nordatlantiks. 7000 lebende Tiere bevölkert das Haus, ergänzt durch kunstvoll angefertigte Exponate. Hier das Strahlsunder Hafenbecken, inklusive einem dort gefundenen Fahrrad. Dort das Schwarmfischbecken mit einer dicken Panoramascheibe, hinter der sich unter anderem Heringe tummeln, das Silber der Ostsee. Big Brother is watching you, das naturgetreue Modell eines Blauwals. Der Meeressäuger ist das grösste und schwerste Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Auch für Experimente ist gesorgt. Hier sind wunderbare Spielereien. Man sieht schon, wie die das so reinzieht in die Kiemen. Das geht eigentlich in die Muschel direkt rein. Und jetzt kommt es auch raus. Auf zur Insel Rügen, der grössten Insel Deutschlands. Bei Strahlsund beginnt die vier Kilometer lange Rügenbrücke. Die Strasse führt direkt nach Baden. Bergen, Verwaltungszentrum und grösste Stadt der Insel. Wassermangel war der Preis für ihre geschützte, exponierte Lage. Es gab keine schnell erreichbaren Brunnen. Feuersbrünste wirkten sich verheerend aus. Trotzdem steht hier das älteste Wohnhaus Rügens. Es wurde nach dem großen Stadtbrand 1538 errichtet. Die Marienkirche, gut über 800 Jahre alt. Links neben dem Eingang ist ein vorchristlicher Kultstein eingelassen, der den slavischen Obergott Svantevit abbildet. In Bergen, heißt es, geht es immer bergauf. Praktisch für die Betreiber von Deutschlands nördlichster Sommerrodelbahn. Sie schlängelt sich vom 91 Meter hohen Rougard ins Tal. Gleich daneben bietet der Ernst-Moritz-Arndt-Turm einen Rundblick über die Insel. Der auf Rügen geborene Dichter und Politiker Arndt zeichnete sich als Kämpfer gegen die Leibeigenschaft aus. Viele von seinen literarischen Werken befassen sich mit seiner Heimatinsel und der Unterdrückung der armen Bevölkerung. Nach Rügenreisen heißt nach Sassnitz reisen, ließ Theodor Fontane seine Effi-Briest sagen. Sassnitz ist Rügens wichtigster Hafenstadt. Jahrzehntelang war die Stadt im Nordosten Rügens auch der führende Badeort. Später hat Binz hier den Rang abgelaufen. Viele ehemalige Fischer bieten mittlerweile Ausflugsfahrten an, so auch Helmut Wünscher auf dem Hochseekutter Kalinin. 1951 vom Stapel gelaufen, fährt er noch immer mit seiner Originalmaschine. Vorbei an einem englischen U-Boot samt Museum und der alten Villenkulisse nimmt der Kutter Fahrt auf. Ein wenig Seemannsgarn darf nicht fehlen. Und haben da gewartet. Und jetzt war neben der Sauernsatz. Da oben haben wir die Kohle gelandet. Das Ziel der Reise, die Stubbenkammer mit ihren bis zu 120 Meter hohen Kreidefelsen. Die besonders weiße und reine Kreide wird industriell abgebaut und für die Herstellung von Farbe, Porzellan und Glas ebenso verwendet wie für Medikamente und Zahncreme. Höhepunkt und Wahrzeichen sind die jäh abstürzenden Klippen der Viktoria-Sicht und vor allem des Königsstuhls. Dieser inspirierte Kaspar David Friedrich zu einem seiner berühmtesten Gemälde, Kreidefelsen auf Rügen aus dem Jahr 1818. Jenseits der Stubbenkammer liegt am nördlichsten Punkt Rügens das Kap Arcona, eines der beliebtesten Ausflugsziele der Insel. Zum Schutz des Flächendenkmals müssen die Autos zwei Kilometer davor abgestellt werden. Weiter geht es per Kutsche, per Pedes oder per Arcona-Bahn. Vor dem ehemaligen Funkpeilturm der Kriegsmarine erinnert eine Holzplatte. An die einst mächtige Slavenfestung an dieser Stelle. Ziel ist der hoch aufragende Leuchtturm. Aufstieg auf 30 Meter lichte Höhe. Von der Sichtplattform bietet sich ein ungehinderter Blick über Rügen. Im Hintergrund das Steilufer der Halbinsel Jasmund mit der Stubbenkammer. Bei klarem Wetter lässt sich bereits die dänische Küste erkennen. Noch mal 40 Meter Höhenunterschied und die Kreidefelsen des Kap Arcona sind vom Ufer aus zu sehen. Die Reste einer Anlegestelle, die bei einer Sturmflut vollständig zerstört wurde. Zurück im Hafen von Sassnitz, vorbei an der längsten Außenmole Europas. Der Hafen ist das Zentrum von Sassnitz, das aus zwei Fischerdörfern entstand. Heute servieren die Kutter den Fisch, statt ihn zu fangen. Geschützt von der anderthalb Kilometer langen Mole. Tagesausklang auf der MS Manfred. Der Küstennebel ist offenbar nicht jedermanns Sache. Konsensfähig dagegen die Gaumenfreuden. Südlich von Sassnitz verbergen sich hinter dem Strand die Ruinen eines der grössten Bauvorhaben der NS-Zeit. Prora. Das erste von fünf geplanten monströsen Seebädern. Kraft durch Freude war das Motto und der Name der Organisation. 20.000 Urlauber im Zehntageswechsel sollten sich ertüchtigen und natürlich auch im Schoße der Partei erholen. Bis Kriegsanfang war der Rohbau nahezu fertiggestellt. Doch dann mussten die Arbeiter an die Front. Der Bau wurde nie vollendet. 500 Meter lang ist jede der noch existierenden fünf Bettenburgen. Der Hafen von Lauterbach im Süden von Rügen. Hier kurten einst die Gäste im ersten Seebad der Insel. Abfahrt zur Insel Film, anderthalb Kilometer vom Festland entfernt. Das Idyll steht seit 1936 komplett unter Naturschutz. Die einzigen Gebäude der Insel dienten als streng bewachte Gästeunterkunft für hohe Staats- und Parteifunktionäre der DDR. Davor kamen täglich hunderte von Ausflüglern auf die Insel. Der Bestand des Schutzgebietes war gefährdet. Die Privilegien der DDR-Führung hatten einen unbeabsichtigten Nebeneffekt. Bewahrt werden konnte somit einer der letzten Urwälder Deutschlands. Der letzte große Holzeinschlag geschah im 16. Jahrhundert. Seitdem blieb die Natur sich selbst überlassen. Der Reichtum an Pflanzen und Tierarten ist groß. Viele davon sind andernorts längst verdrängt und ausgestorben. Ab dem 18. Jahrhundert entwickelte sich die Insel zum Ausflugsziel und regte die Fantasie von Dichtern und Malern an. Zu sehen am Gemälde Eichen am Meer von Karl Gustav Karos. Fast schon märchenhaft muten die uralten Wälder an. Besucht werden darf das unberührte Paradies nur von kleinen Gruppen unter fachkundiger Führung. Zurück auf Rügen am Ortsrand von Lauterbach. Willkommen im Hotel Nautilus. Kapitän Nemo lässt grüßen. Nicht dieser Nemo. Gemeint ist der aus dem Buch 20.000 Meilen unter dem Meer. Sein Restaurant ist nach dem Vorbild der Nautilus gestaltet, dem Fantasie-U-Boot aus Jules Verne's Roman. Es wurde bis ins kleinste Detail nachgebaut. Der Parkettboden stammt von einem burmesischen Segler. Die Toilettentüren wiederum dienten früher als Zellentüren eines englischen Gefängnisses. Ob Nemo in seinem U-Boot allerdings solch ein gutes Essen hatte, lässt sich schlichtweg bezweifeln. Lauterbach ist ein Ortsteil von Putbus, dem ersten Seebad rübens. Zentrum ist der kreisrunde Zirkus, der von repräsentativen Bauten gesäumt wird. Das vielgerühmte Venedig des Nordens entstand am Reißbrett, entworfen vom Fürsten persönlich, Wilhelm Malte, dem ersten von Putbus. Die Vision des gerade einmal 27-Jährigen wurde ab 1810 von den bekanntesten Baumeistern des Klassizismus umgesetzt. Neben diesem Jugendwerk ließ der zupackende Malte auch das majestätische Jagdschloss Granitz errichten. An den Plänen war der berühmte Architekt Karl Friedrich Schinkel beteiligt und natürlich seine Durchlaucht, der Fürst höchstpersönlich. Malte ist erst vier Jahre alt, als sein Vater stirbt. In jungen Jahren unternimmt der aufgeschlossene Fürst ausgedehnte Bildungsreisen quer durch Europa. Er trifft bedeutende Persönlichkeiten wie Goethe und sammelt Eindrücke aus vieler Herrenländer. Später wird er für die wirtschaftliche Entwicklung Rügens sorgen, für die Bauern Erbpachten einführen und seine Insel umgestalten. Eine filigrane, gusseiserne Wendeltreppe führt auf den 38 Meter hohen Turm des fürstlichen Jagdschlosses, einer der höchsten Aussichtspunkte der Insel. Hier richtet sich der Blick zur Insel Film und den Südosten von Rügen, das Mönchgut mit seiner stark zergliederten Küstenlinie. Südländische Fassaden Reich verzierte Balkone, die typische Bäderarchitektur von Binz. Exklusive Geschäfte und Cafés, die der Wellness und dem Genuss verpflichtet sind. Auch das ist Binz. Ende des 19. Jahrhunderts kam der wirtschaftliche Aufschwung in das Seebad. Hier im Sorrent des Nordens kaufte und repräsentierte, wer etwas auf sich hielt. Berliner Industrielle erkoren das Seebad zu ihrer bevorzugten Kurresidenz und lösten einen gewaltigen Boom aus. Mit fast 300.000 Besuchern pro Jahr ist Binz nach wie vor der beliebteste Urlaubsort auf Rügen. Ausflugsschiffe bieten Touren rundum Rügen an. Nachdem in Lauterbach bei Putbus das Fehlen des Wellenganges bemängelt wurde, ließ Fürst Malte, wer sonst, am offenen Strand die ersten Badebrücken bauen und sorgte für Badevergnügen und Zerstreuung. Zu den heutigen Attraktionen gehört das Blue Wave Festival, für das schon einmal geprobt wird. Das Blue Wave Festival mit Spielorten wie dem Kurplatz ist das grösste Musikereignis der Insel. Es findet alljährlich zur Sommersonnenwende statt. Dann kann die kürzeste Nacht des Jahres ganz schön lang werden. Die frischen Fluten sind in der Vorsaison nur etwas Vermutige. Doch spätestens im August werden sich die Gäste hier drängen wie an der Riviera. Entscheidend für Binz war der Anschluss an die Rügenche Bäderbahn, den rasenden Roland. Mit behäbigen 30 Kilometern pro Stunde durchquert er die meistbesuchte Region im Südosten der Insel. Vorbei an reizvollen Landschaften und den bekannten Seebädern. Ein Erlebnis nicht nur für Eisenbahn-Nostalgiker. Die Schmarspurbahn pendelt zwischen Putbus und Gören. Eine empfehlenswerte Station ist das Seebad Selin. Schmucke Hotels und alte Villen säumen die Wilhelmstrasse, die Flaniermeile Selins. Das Seebad stand immer etwas im Schatten von Binz. Ursache war der schwer zugängliche Strand am Steilufer. Umso anziehender ist die Himmelsleiter. Die Freitreppe führt zur berühmten Landungsbrücke von 1906. 400 Meter ragt sie in die Ostsee und ist damit die längste Rügens. Symbol des touristischen Aufschwungs. Im bitterkalten Winter des Jahres 1942 wurde sie allerdings durch Eispressungen zerstört und erst nach der Wende rekonstruiert. Dort, Strahlsund auf dem Festland, hier Ruhe und Natur pur. Umwands ist die kleine Nachbarinsel im Westen von Rügen. Ein bedeutendes Vogelreservat. Hin und wieder schwingen sich hier auch andere Zweibeiner in die Lüfte. Von Rügen aus verkehren ganzjährig Fähren nach Hiddensee, sofern der Bodden nicht zugefroren ist. Die autofreie Insel ist das vielgerühmte Sehnsuchtsziel aller Ostseefahrer. Wenn Rügen die Königin der Ostsee ist, dann funkelt Hiddensee als ihr Kronjuwel. Ankunft in Fitte. Mit 700 Einwohnern das größte der drei Inseldörfer. Der Name erinnert an die ursprüngliche Funktion des Ortes. In sogenannten Fitten wurde seit dem Mittelalter mit Fischen gehandelt. Jenseits des Hafens wird schnell deutlich, was auf Hiddensee den Takt angibt. Das Sötenlännecken, das süße Ländchen, muss man sich erwandern oder per Fahrrad erstrampeln. In der Saison von Mai bis September ist die Insel praktisch durchweg ausgebucht. Überfüllt ist sie trotzdem nie, denn die Übernachtungsmöglichkeiten sind streng begrenzt. Größere Hotels gibt es keine, einen Campingplatz ebenso wenig. Vom 13. bis ins 16. Jahrhundert stand hier lediglich ein Kloster des Zisterzienserordens. Zwölf Mönche und einige Laienbrüder sollen es gewesen sein, die sich hier ein abgelegenes Refugium geschaffen hatten. Das Dorf nennt sich heute naheliegend und schlicht Kloster. Wieder fällt der Sanddorn ins Auge. Ob als Saft, Wein oder Tee, an der heimischen Beere kommt keiner vorbei. Auch Sanddorn-Eis und Torte bis hin zu Kosmetika werden angeboten. Das Besondere der Frucht ist ihr Füllhorn an Vitaminen. Besonders Vitamin C hat einen hohen Anteil. In Kloster stehen die meisten Residenzen prominenter Besucher, allen voran Gerhard Hauptmann. Der in Schlesien geborene Schriftsteller reiste im Jahr 1885 zum ersten Mal hierher. Nach zahllosen weiteren Besuchen erwarb er das Haus Seedorn, wo er bis zu seinem Tod fast jeden Sommer verbrachte. Seitdem hat sich nichts verändert. Die Wand im Schlafzimmer musste er als Notizzettel herhalten. Im Arbeitszimmer saß Hauptmann an bedeutenden Werken der Weltliteratur. Gerne stand der auch wegen seiner Vortragskunst gerühmte Dramatiker am Stehpult und las seinen Besuchern aus noch unveröffentlichten Manuskripten vor. Seine Faszination für Hiddensee brachte er kurz und prägnant zum Ausdruck. Diese Klarheit, dieses stumme und mächtige Strömen des Lichts. Gleich hinter Kloster beginnt der Dornbusch. Die höchste Erhebung der Insel bietet einen weiten Blick über das schmale Eiland Richtung Süden. Hier steht auch der obligatorische Leuchtturm, noch heute ein wichtiges Seezeichen im Schiffsverkehr. Hiddensee, die Insel, wo es einfach nichts anderes zu tun gibt, als die Ruhe einzuatmen. Zurück auf dem Festland. Südöstlich von Rügen und Hiddensee liegt Greifswald, benannt nach dem Greifenwappen der Pommernherzöge. Die meisten Häuser entstammen der mittelalterlichen Stadtgründungszeit, wie die Marienkirche aus dem 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit tat Greifswald der Hanse bei und gründete zwei Jahrhunderte später die zweite Universität Norddeutschlands. Mit großen Namen wie Ferdinand Sauerbruch, Turnvater Jan oder Kaspar David Friedrich, der hier auch geboren wurde. Wo gelehrt wird, wird auch geforscht, wie im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Das Teilinstitut Greifswald arbeitet an der Lösung der Energieprobleme. Dr. Rand Thorsten Stange erläutert den Aufbau eines der weltweit fortschrittlichsten Kernfusionsexperimente. Ziel ist ein Nachweis, dass eine stabile Energieerzeugung realisierbar ist, wie sie auch in der Sonne erfolgt, durch das Verschmelzen von Atomkernen. Wir befinden uns hier jetzt beim Montagestand 2 in der Montagehalle des Wendelstein 7X. Man sieht jetzt zum Beispiel hier in Silber die großen dreidimensionalen Hauptfeldspulen und in Kupfer die planaren Korrekturspulen, also die Trimspulen. Und man kann schon sofort erkennen, dass es hier sehr eng zugeht und sehr kompliziert ist. Es handelt sich hier um mehrere tonnenschwere Bauteile, die natürlich aufeinander abgestimmt werden müssen bei der Montage und nicht kollidieren dürfen. Ein Modul wie dieses, was man hier sehen kann, wird dann ein Fünftel des Torus sein. Und wenn das hier fertiggestellt ist, wird es dann auf ein Lastgeschirr umgehoben und in die Torushalle rübergefahren, wo es dann noch weiter vervollständigt wird und später dann auf das Fundament, auf das Maschinenfundament aufgehoben wird, wo die einzelnen Module dann zum Torus zusammengeschweißt werden. Man sieht hier in der Mitte die eigentliche Plasma-Struktur bzw. den Plasma-Schlauch, wie er dann später erwartet wird. Wir brauchen sehr hohe Temperaturen, um Diffusion zu erreichen, Größenordnung 100 Millionen Grad Celsius. Um diese extrem heißen Teilchen von der Wand fernzuhalten, benötigen wir dieses Magnetfeld bzw. diese Magnetfeldlinien. Diese Wand ist durchlöchert, hier in dem Fall wie ein Schweizer Käse, mit sehr vielen Stutzen. Und da wir sehen wollen, wie hoch ist die Temperatur, wie hoch ist die Dichte des Plasmas. Als Fusionsforscher ist man natürlich sehr optimistisch, dass die Fusion zunächst einmal funktionieren wird vom Prinzip her. Und auch, dass es in naher Zukunft geschehen wird. Also erste Schätzungen laufen darauf hinaus, dass bis 2050 etwa das erste Demonstrationskraftwerk fertiggestellt sein wird und Energie produzieren kann. Wobei ich persönlich schon glaube, dass das vielleicht sogar schon vorher der Fall sein kann, da man natürlich auf dem freien Markt, natürlich die Benzinsituation, die Energiesituation, wenn man die beobachtet, steigen die Preise immer weiter. Die Bevölkerung auf der Welt wächst immer weiter und das wird natürlich in den nächsten 40 Jahren ein großes Problem sein. Und eine große Herausforderung, die in Greifswald noch viele kluge Köpfe brauchen wird. Im nordöstlichsten Winkel Deutschlands liegt Volgast, eine Stadt mit bewegter Geschichte. Hier residierten die Herzöge von Pommern-Volgast. Später wurde die Stadtverwaltungssitz der schwedischen Eroberer. 1713 im Nordischen Krieg ließ der russische Zar den Ort bis auf die Grundmauern niederbrennen. Die Bewohner ließen sich aber nicht entmutigen und bauten ihre Stadt rund um die St. Petrikirche wieder auf. Der Peenestrom trennt Volgast von Usedom, der östlichsten Insel Deutschlands. Sie ist zugleich der sonnenreichste Ort der Republik, den die Wolken umsegeln. Gleich im Hinterland von Usedom liegt die ruhige Halbinsel Gnitz. Vereinzelte Kolbenpumpen fördern Erdöl aus zweieinhalb Kilometern Tiefe empor. Nur wenige Camper und Bootsbesitzer zieht es an diesen landschaftlich reizvollen Teil der Binnenküste. In den kleinen Dörfern scheint die Zeit seit Jahrzehnten stillzustehen. Wer sich auf die Ruhe einlässt, entdeckt am Wegesrand das ein oder andere Kleinod wie die Villa Kunterbunt. Pippi Langstrumpf könnte um die Ecke schielen. Wie im Buch von Astrid Lindgren betreiben Anja Debniak und Axel Schwenn ihren Bauernhof, so wie es ihnen gefällt. Auch die Tiere dürfen artgerecht tun und lassen, was sie wollen. In ihrem Hofladen verkaufen sie ihre eigenen Naturerzeugnisse und die von benachbarten Bauernhöfen. Darunter Fleischprodukte, Wollwaren und vegetarische Brotaufstriche. Auf Usedom kommen neben Wanderern, Wassersportlern und Pferdefreunden vor allem Radfahrer auf ihre Kosten. Auch an Kinder ist gedacht. Das Angebot reicht vom Spaßbad über spielerische Museen und Kletterparks bis hin zur exotischen Tierausstellung. Die Welt steht Kopf. Auch die Möwe weiß nicht so recht, wie ihr geschieht. Vielleicht hätte der Architekt doch besser bezahlt werden sollen. Bei dieser Hausbesichtigung kann den Besucher ziemlich schwindelig werden. Hier, im Norden Usedoms, in Peenemünde, wurde im Jahr 1936 mit dem Bau der riesigen HVA, der Heeresversuchsanstalt, begonnen. Für damals ungeheure 350 Millionen Reichsmark ließen die Nazis die V2 entwickeln. 1942 hob die Vergeltungswaffe II zum ersten Mal erfolgreich ab. Sie flog über 90 Kilometer hoch und 200 Kilometer weit. Damit hatte zum ersten Mal ein Flugkörper die Atmosphäre verlassen. Von der perfekt getarnten Anlage aus wurden Städte wie London, Amsterdam und Lüttich bombardiert. Peenemünde ist die Wiege der Raumfahrt. Das Informationszentrum erinnert an den Wissenschaftler Wernher von Braun, aber auch an die vielen Opfer der neuen Raketenwaffe. Auch der tausenden Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge der Anlage wird gedacht. Auf dem Gelände sind zahlreiche Weiterentwicklungen der Raketentechnologie ausgestellt. Hinterlassenschaften der Nationalen Volksarmee, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg hier einrichtete. Dazu gehören auch das Kriegsschiff Hans Beimler und das russische Raketen-U-Boot U461. 4000 Tonnen schwer ist es. Das größte U-Boot mit konventionellem Antrieb. Weiter Richtung Südosten zum nahegelegenen Seebad Zinovitz. Wie wäre es mit einem Spaziergang aufs Meer, einer Schiffsfahrt nach Bornholm oder einem Tauchgang in der Gondel? Zinovitz ist das größte und traditionsreichste Seebad im nördlichen Teil Usedoms. Erst 1851 erhielt die Gemeinde den Badekonsens, die amtliche Genehmigung, neben Swinemünde den Badebetrieb aufnehmen zu dürfen. Mit niedrigen Preisen hatten die Zinovitzer eher ein Bad fürs Volk im Sinn. Und der Plan ging auf. Es folgte ein rasanter Aufschwung. Investoren aus ganz Deutschland errichteten Villen und Logierhäuser. Die Zinovitz Die Zinovitz Die Zinovitz Die Zinovitz Am Horizont erhebt sich der 60 Meter hohe Streckelsberg. Ziemlich genau in der Mitte von Usedoms Außenküste gelegen, ist er die höchste Erhebung der Insel. Hier, wo ebenfalls die versunkene Stadt Veneta vermutet wird, geht der Blick über den 40 Kilometer langen Strand, der Usedom schon früh zur Badewanne des preußischen Normalbürgers machte. Mit gerade einmal zehn Häusern wurde 1897 der Badebetrieb im jüngsten Seebad Bansin aufgenommen. Fünf Jahre darauf eröffnete die Villa Proll, das heutige Hotel zur Post, natürlich im Seebäderstil. Und die hat man damals gebaut, neoklassizistisch. Und dann hat man eben die Varianten, dann kam um die Jahrhundertwende der Jugendstil mit hinein. Und da hat man die Freiheit gelassen. Es war nur die Vorschrift, dreigeschossig mit Öffnung einer Tür zur Straße. Das war die Vorschrift. Nun, wie hat man die drei Geschosse gebaut? Relativ hoch, nicht? Vier Meter zwanzig war hier das erste Geschoss, das andere drei Meter siebzig und das oberte Dachgeschoss noch immerhin zwei Meter siebzig. Meine Vorfahren waren Pommern, so dass wir eigentlich, wie man so schön sagt, echte Fischköpfe sind. Ich selber bin dann mit zehn Jahren durch diese Enteignungsaktion nach Stuttgart gekommen, habe 40 Jahre in Stuttgart gelebt, deswegen so ein bisschen der süddeutsche Slang. Und als ich 1990 das Haus wiederbekommen habe, war das natürlich klar, ich hatte es auch dem Vater noch versprochen, wir bauen wieder ein Hotel, wir machen wieder ein Hotel draus. Der Ort war ja leer, man wusste ja nicht, wem die Häuser gehörten. Ich war der Erste, der wiederkam 1990, der angefangen hat zu bauen. Und dann in diesem Seebäderstil, das war schon ein Erlebnis. Zunächst waren zahlreiche bürokratische Hürden zu überwinden, dann musste das marode Gebäude komplett renoviert werden. 1993 schließlich wurde das Hotel zur Post wieder eröffnet, als erstes Vier-Sterne-Haus in Bansin. Die 18 Zimmer wurden in den Folgejahren auf 173 erweitert. Glanzstück ist das Kaiserspa mit Saunen, Sohlebad, Pools und Thalassotherapie. So kehrt der Glanz vergangener Zeiten langsam zurück. Bansin ist das kleinste und jüngste der drei Kaiserbäder im Südosten der Insel. Eine acht Kilometer lange Promenade, die längste der Republik, verbindet Bansin mit Heringsdorf und Ahlbeck, den beiden anderen Kaiserbädern. Diesen Titel verdanken sie Kaiser Wilhelm II., der sich hier standesgemäß in die Sommerfrische begab. Im Gefolge des Hofes entspannte sich die komplette preußische High Society im Nizza der Ostsee. Mittlerweile sind die Kaiserbäder praktisch zu einem grossen Badeort zusammengewachsen. Nur einen Steinwurf entfernt liegt Heringsdorf mit der längsten Seebrücke Kontinentaleuropas. Restaurants und Geschäfte locken die Urlauber stolze 500 Meter in das flache Meer hinaus, wo das Wasser tief genug zum Anlegen ist. Schiffe laden ein zum Seebrückenhopping oder nach Swinemünde, das hinter der nur fünf Kilometer entfernten polnischen Grenze liegt. Es war das erste Seebad Usedoms. Kurz darauf nutzte auch Ahlbeck die Gunst der Stunde und nahm den Badebetrieb auf. Das Fischerdorf entwickelte sich zum heute grössten und beliebtesten Urlaubsort der Insel. Besonders stolz sind die Ahlbecker auf ihre historische Seebrücke mit ihren vier Türmchen. Der Gründerzeitbau von 1899 ist das mit Abstand bekannteste Bauwerk der Insel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tummelten sich hier viele kinderreiche Familien aus Berlin, was dem Volksbad die Bezeichnung Kinderbadewanne einbrachte. Trotz der vielen Gäste ist Ahlbeck von Bettenburgen verschont geblieben. Im direkten Hinterland der Kaiserbäder erstreckt sich eines der abwechslungsreichsten und schönsten Naturreservat der Insel. Mit ihren sanften Hügeln und zahlreichen Seen lädt die Usedomer Schweiz bevorzugt Wanderer, Radfahrer und Angler ein. Zurück auf dem Festland geht ein alter Menschheitstraum in Erfüllung. Das Fliegen. Eine verzwickte Angelegenheit. Selbst der geniale Konstrukteur Leonardo da Vinci scheiterte mit seinen Ideen, die Schwerkraft zu überwinden. Es wird seinen ersten Flug nehmen der große Vogel vom Rücken des Hügels aus. Ewige Glorie dem Ort, wo er geboren ward. Waren seine Worte. Die ewige Glorie gebührt Anklamm. Hier wurde Otto Lilienthal im Jahre 1848 geboren. Der Ort ist eher unscheinbar und das Land platt wie eine Flunder. Der Himmel jedoch ist endlos weit. Heute treffen sich hier die Vereine von Segelfliegern und Ballonfahrern. Das Otto-Lilienthal-Museum dokumentiert die ersten Schritte und halsbrecherischen Flugversuche des hartnäckigen Konstrukteurs. Modelle von Lilienthals verschiedenen Flugapparaten. Auch Experimente mit der Physik vom Fliegen stehen bereit. Museumsdirektor Bernd Lukasch zeigt einen der Versuchsaufbauten. 1891 war Lilienthal der erste Flug über 25 Meter gelungen. Fünf Jahre später verunglückte er bei einem Routineflug bei Berlin tödlich. Am Nordufer des Tollensesees, auf halbem Weg zwischen Berlin und der Ostsee, ragt die Marienkirche von Neubrandenburg empor. Wie die Stadt entstammt sie dem 13. Jahrhundert, gebaut als Bastion gegen die Slaven im Zuge der deutschen Ostexpansion. Das Stagader-Tor ist eines der vier Tore-Stadt. Hauptzweck der Festung war die Sicherung eines Handelsweges, errichtet dem Auftrag des Magrafen Johann von Brandenburg. Daraufhin entwickelte sich die Grenzsiedlung zu einer blühenden Handelsstadt. Dem Dreißigjährigen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg vermochte sie jedoch nicht standzuhalten. Zu den wenigen Überresten gehört die kreisrunde Stadtmauer. Gesäumt wird sie von einem grünen Gürtel und den sogenannten Wieghäusern. Sie dienten als Beobachtungs- und Verteidigungseinlagen und kleben noch immer wie Schwalbennester an der Mauer. Zwischen der Altstadt Neubrandenburgs und dem Tollensesee erstreckt sich der Kulturpark. Ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur an lauen Frühlingsnachmittagen. Auf dem See finden selbst Profisportler beste Bedingungen. Hier trainierten bereits mehrere Olympiasieger und Weltmeister. Neustrelitz, 30 Kilometer südwestlich gelegen. Von diesem bezauberten Ort aus lenkte Königin Luise die Geschicke Preußens. Ihre Friedensverhandlungen mit Napoleon machten sie zu einer Symbolfigur des nationalen Widerstands gegen die Expansionsgelüste des französischen Kaisers. Hier beginnt die Neustrelitzer Klein-Seenplatte, eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Deutschlands. Über 300 Seen sprengen die Wald- und Wiesenlandschaft. Dieser abwechslungsreichte Teil der mecklenburgischen Seenplatte ist ein wahres Paradies für Naturfreunde und Wassersportler. Auch der einsamste Ferientrapper sucht von Zeit zu Zeit Gesellschaft sowie Speis und Trank. Die Seenfischer sind bestens darauf eingerichtet. Der Fisch ist garantiert frisch von Fischers Fritze aus dem See gezogen. Freizeitkapitäne treffen sich immer wieder an den Schleusen. Die dickeren Pötte müssen in den Sommermonaten mit längeren Wartezeiten rechnen. Kanufahrer sind eindeutig im Vorteil. Nomadenromantik im Zeltlager der Wasserwanderer. Das einfache, freie Leben ohne Halbpension und Kleiderordnung. Gekocht wird für alle. Jeder spendiert, was seine Vorräte hergeben. Wärmendes Gemeinschaftsgefühl im Kreise gleichgesinnt. Auf naturnahe Gruppen spezialisiert haben sich Biber-Tours. Zu den Stammkunden zählt Silke aus Hamburg. Zusammen mit ihrer Familie freut sie sich jedes Jahr erneut auf den Aktivurlaub. Jens Schwarzenbolz hat bei Biber-Tours seinen Traumjob gefunden. Das hier ist jetzt unser B-Camp. Stehen sieben Tunnelzelte mit Kabinen drin und Feldbetten und ein so ein Tippi hier. Eine große Plane hier mit Biertischgarnituren und Grill, je nachdem. Neben Bootsverleih und Kanuführungen kümmert sich Jens um die Instandhaltung der Biber-Camps am Labussee, fern von Straßenlärm und Hektik. Zusätzliche Aktivitäten seiner Gäste sind ihm recht. Wir haben die verrückte Idee mit ein paar Freunden gehabt, dass uns hier beim Urlaub immer eine Sauna fehlt. Und da bietet es sich natürlich an, die Sauna auf den Fluss zu setzen. Und wenn man drin ist, befeuert wird das durch einen finnischen Holzofen. Dann hat man die einmalige Gelegenheit, entweder seekrank zu werden oder durch aufspritzendes Wasser durch die Wellen noch dabei nass zu werden. Also ein natürlicher Aufguss von unten. Und wir fahren halt mit den Kindern immer gerne her, weil wir haben ein Riesengelände hier, die können sich frei bewegen. Und wir können alles hier machen, vom Bogenschießen, Fahrradfahren, Kanufahren, halt alles. Und wie man merkt, man braucht sich gar nicht mit ihnen zu beschäftigen, die beschäftigen sich hier wirklich alleine. Abends natürlich Lagerfeuer mit Marshmallows oder wandern auch. Hier gibt es wunderbare Verwunsch, eine kleine Seen noch, die eigentlich kaum ein Mensch kennt. Und da dann mal als Tagesausflug hinzuwandern, ist schon schön. Tierbeobachter werden mit dem majestätischen Seeadler belohnt. Er ist auf jeden Fall der größte Greifvogel in Deutschland und holt bis zu 8 Kilogramm schwere Fische aus dem See raus. Und angeblich wohl auch bis zu 15 Kilogramm schwere Fische, mit denen paddelt er dann im Wasser an Land. Und so, weil er die nicht mehr ertragen kann, dann paddelt er an Land, also nur in Ausnahmefällen wohl. Und ansonsten Bläßhühner sind auch eine Hauptbeute vom Seeadler. Die kriegt er aber nicht so einfach, weil die Bläßhühner, die tauchen dann immer weg unter ihm. Und dann geht das manchmal richtig lange, bis, also das Bläßhuhn taucht unter. Und wenn es wieder Luft braucht, kommt es wieder hoch. Der Seeadler fliegt wieder in Angriff, das Bläßhuhn taucht wieder weg. Und das geht so lange, bis einer von beiden eben nicht mehr kann oder halt vorher aufgibt. Mit einer Flügelspannweite bis 2,40 Meter ist der Seeadler der König der Lüfte über Deutschland und dessen Wattentier. Noch mehr Wissenswertes findet sich im Myriceum. Dieses 2007 errichtete Naturerlebniszentrum in Waren an der Myrits führt durch die Welt des Wassers, des Waldes und des Himmels. Der Spaß kommt nicht zu kurz. Otto Lilienthal lässt grüssen. Die Fischerei ist neben dem Tourismus ein bedeutender Wirtschaftszweig in der Region. Dicke Fische à la carte gibt es unter anderem bei den Myrits-Fischern. Direkt vom Haken landet der Fang auf dem Grill von Steffen Steinbeck. Er betreibt die Fischerrotunde in Böck. Das Wasser kommt von der Myrits, durchströmt die Teiche mit Frischwasser und läuft als Gebrauchswasser wieder am Bolterkanal und ab Richtung Süden, Richtung Berlin. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Berliner jetzt mit dreckigem Wasser versorgen. Das will ich damit nicht sagen, aber jedenfalls läuft es da runter. Das ist hier unsere Fischsuppe nach Art des Hauses mit sieben Sorten Fisch drin. Das ist Pflicht bei einer Fischsuppe. Die können sich die Kunden hier kaufen, können sich selber einfüllen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn die mal tief nach unten und sich das Dicke hochholen. Ich meine, das machen sie sowieso. Aber habe ich nichts dagegen, das ist alles Mögliche bei uns. Dieses Gebäude ist ja dazu da gewesen, um die Saison etwas zu verlängern. Gerade wenn im September, Oktober nachher die Herbstferien sind, dann kommen noch viele Paddler noch und die stellen sich an, wärmende Feuer. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir hier einen Haken haben, dass wir auch unsere Fischsuppe über dem Feuer kochen und machen können, wenn so Brigadefeiern sind und dergleichen alles. Dann wird das gerne angenommen. Ist das sehr, sehr wetterabhängig? Bei so einem Wetter wie heute muss man schon zwei Stunden räuchern schon. Das wäre eine Forelle aus unserem Betrieb, aus unserer betriebseigenen Forellenproduktion in Wilsen. Da kommen die her. Und die Aale, das sieht man selber, das sind hundertprozentig Müritz-Aale. Selbst gefangen als Müritz-Fischer, selbst geschlachtet und auch selbst geräuchert. Und jetzt werde ich auch noch selbst verkaufen, auch noch. Neben Forelle und Aal gibt es das ganze Sortiment, inklusive Zander, Hecht und Maräne. Natürlich darf auch selbst geangelt werden. Wasser, soweit das Auge reicht. Die Müritz, der grösste rhein-deutsche Binnensee, lockt seit über 100 Jahren Gäste ins Herz Mecklenburgs. Mit ihrem glasklaren Wasser und der sauberen Luft ist die gesamte Seenplatte ein naturbelassenes Refugium, einzigartig in Europa. Weit geht der Blick vom Turm der St. Marienkirche in Röbel. Ankunft in Warn, dem grössten Ort der Gegend. Der Luftkuhort im Norden der Müritz ist die touristische Drehscheibe der Seenplatte. Mit dem pfiffigen Slogan Baden, Wandern, Wasserfahren, nirgends schöner als in Waren, warb schon in den 20er Jahren der Verkehrsverein Waren an der Müritz. Das viele Wasser konnte nicht verhindern, dass der Ort im 16. und 17. Jahrhundert mehrmals abbrannte, weshalb keiner das genaue Gründungsdatum kennt. Auch die Marienkirche schweigt. Immerhin lässt sich ihr Feldsteinkor auf das 13. Jahrhundert datieren. Fertiggestellt wurde das Gotteshaus erst sieben Jahrhunderte später. Ein weiteres Wahrzeichen, das bereits erwähnte Müritzeum. Für das gelenkige Jungvolk ist sicher der Kletterwald Müritz interessanter. Knapp zwei Kilometer Kletterstrecke fordern einen sicheren Griff und Tritt. Geklettert wird in Höhen von drei bis zwölf Metern, nach dem höchsten Sicherheitsstandard. Selbstverständlich am Seil und mit doppelter Kontrolle. 20 Kilometer weiter westlich lädt das DDR-Museum in Malchow zu einer Zeitreise ein. Ein erstaunlicher Fundus an ostalgischen Zeugnissen aus dem DDR-Alltag. Utensilien aus dem Unterricht in Staatsbürgerkunde, Abzeichen der Jungpioniere, Malimo-Textilien, Dederhorn-Beutel, Kompliment-Schrankwände. Gemeinsames Erinnern auch im Kinderzimmer mit Hartgummitieren, Atze-Comics, Sonny-Puppen, Zekiwa-Kinderwagen, Armeespielzeug und sonstigen Fabrikaten aus Plaste und Elaste. Die Malchower Drehbrücke setzt sich zu jeder vollen Stunde in Bewegung. Sie verbindet die Inselstadt Malchow mit dem Dorfufer und ermöglicht auch grösseren Booten die Durchfahrt. Eine wichtige Passage von der Müritz zum Plauer See. Gleichnamig der Ort, Plau am See. Unweit der mecklenburgischen Schweiz liegt der beliebte Ferienort an den Ufern der Elde. Die sogenannte Hühnerleiter, eine aufwendig gezimmerte Holzbrücke, ist eine Möglichkeit, sie zu überqueren. Eine andere Möglichkeit ist die Hubbrücke, eine einzigartige technische Konstruktion. Plau am See war einst die grösste Industriestadt Mecklenburgs. Davon ist in dem verträumten Luftkurort zum Glück nur noch wenig zu spüren. Geschichtsträchtig ist die Stadt noch in anderem Sinne. Plau war ab 1160 Sitz des ersten deutschen Landvogts, Ludolf von Braunschweig. Zu jener Zeit verlief hier, am Austritt der Elde aus dem Plauer See, der Handelsweg von der Ostsee zur Markbrandenburg. Ein guter Platz, um die Reise durch Mecklenburg-Vorpommern zu beschließen. Ein Land, das alte und neue Geschichte atmet. Vom fürstlichen Mittelalter bis zum gescheiterten sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat. Mecklenburg-Pommern ist im 21. Jahrhundert angekommen. Ich würde auf alles verzichten, aber die Mecklenburger Natur, erstmal der Mensch, der Typ Mecklenburger, er sagt einfach nicht viel. Macht das, was er denkt und er ist ein ehrlicher Typ. Ich bin hier angekommen, ich bin hier zu Hause. Was sind 40 Jahre in einem großen Gerangel von Hunderten von Jahren. Es ist so schön hier. Wir leben hier, wo andere Urlaub machen. Eigentlich braucht man nicht mehr nach Schweden zu fahren in Urlaub. Nee. Der Blick hier, das ist Schweden. Genau. Und also viele Leute in Deutschland haben keine Ahnung, wie es hier eigentlich aussieht. Ich glaube, einfach schön hier. Gut, also mich kriegt ihr hier nicht weg. Gut, also mich kriegt ihr hier nicht weg. Gut, also mich kriegt ihr hier nicht weg.